Ja Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Meine Stimme ist direkt am Anfang abgekackt. Was geht, Jank? Es ist schön, dass du hier bist, Leute. Hallo. Also folgendes, wir haben gerade im Stream, glaube ich, eine 7er Winstreak fast hingelegt. Außer es ist einmal so eine zweite geworden, aber eine 5er oder 6er Winstreak war auf jeden Fall drin, meine Freunde. Und da wir jetzt so krank hyped sind und ich extrem Bock habe, jetzt noch richtig, richtig durchzurasieren, Leute, dachte ich mir, wäre es dann jetzt halt immer eine kleine Challenge zu machen. Und zwar, meine Freunde, ihr seht hier gerade diese komische Treppe rumfliegen. Zeit, die Endgame? Ähm, ne, du. Äh, äh. Dann, ähm, also ich, äh. Und dementsprechend, meine Freunde, haben wir jetzt überlegt, wir versuchen einfach mit den komischen Wendeltreppen zu hantieren. Ich habe dieses Ding niemals in meinem ganzen Leben benutzt. Jengis hat mir gerade den Trick dahinter verraten, wie man das baut. Wir dürfen natürlich Waffen benutzen, aber, meine Freunde, wenn wir bauen, dürfen wir nur dieses Element bauen. Das wird auf jeden Fall krank eklig, weil man halt damit komplett exposed ist und die Gegner wahrscheinlich wegholen können. Aber wir als geisteskrankes Terror-Squad, meine Freunde, werden das Ding jetzt easy durchrasieren. Ich würde sagen, auf geht's. Drei, zwei, eins, raus, Leute. Oh, ja, fliege mal hin, da auf, da geht's los hier. Oh, ganz geistkrank natürlich von uns, dass wir zu dritt sind, meine Freunde. Normalerweise hätten wir jetzt irgendwie auf Fusslu oder sowas dazuholen sollen. Aber der hat irgendwann eben keine Lust mehr gehabt, keine Ahnung, Tobis Stimme zu hören. Kopfschmerzen von deiner Stimme, hat er gesagt. Äh, Tobi, er hat... Äh, Tobi, er hat... Äh, Tobi, er hat... Äh, Tobi... Äh, Tobi... Hör auf jetzt. Haben wir irgendwelche Gegner bei uns? Nö, gar keine. Ich glaub, mein Haus war... Doch, 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 doch. Echt, Amir? Ja, die kommen aber, die kommen aber ein bisschen late. Ich brauch ein bisschen Holz hier mal. Wie machst du das jetzt genau? Wie machst du das genau? Warte, ich zeig's dir. Ich brauch kurz Holz. Also, jetzt drückst du halt deine Taste, wo du Treppe hast. Aha. Das ist ja so eine Pre-Dings, ne? Genau, genau, genau. Und jetzt drückst du Edit. Hä? Ja, und dann? Was mach ich dann? Hä? Und dann setz es. Nein, das ist nicht. Bei mir ist es anders. Ja, du musst ja die Teppe so bauen, mit Boden editieren. Nein, 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 nein. Aber Cengiz baut dir automatisch eine Wendeltreppe. Ja, ja, ich bau die automatisch. Hä, aber wie? Cengiz, was drückst du? Dann ist das eingestellt. Ich drücke R. Ja. Also, meine Treppe. Ja. Und dann drück ich Edit. G. Ja. Und dann? Und dann einmal im Kreis und dann habt ihr eine Wendeltreppe. Ah. Ah, okay, okay, okay. Ah. 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 Okay, gut. Wir sind bereit, Leute, für die Demonstation Challenge überhaupt. Und ich würde sagen, auf geht's, meine Freunde. Aber ich muss jetzt mal überlegen, wie baut man sich damit am besten zum Beispiel ein? Also, angenommen, wir werden jetzt beschossen, so. Ja. Ja, keine Ahnung, was willst du machen, Alter? So eine Missgabe. Was willst du da, also, wie willst du dich einbauen, Alter? Wie willst du dich einbauen? Wie willst du dich einbauen? Ist ja unmöglich, einfach. Also, keine Ahnung, so. Ich bin immer noch krank verwundbar, ne? Ja, man kann sich schon ein bisschen verstecken, aber... Ja, also, man muss sich dann halt einfach da oben stacken, ne? Anders geht's nicht, Digga. Egal, Leute, wir rocken das Teil jetzt halt irgendwie. Okay, wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber ich hab ne Portefort. Portefort. Ja, okay, das dürfen wir natürlich auch benutzen, Mann. Ja, das ist ja kein... Ich baue ja nicht. Ich werfe nur ne Nate. Ja, genau, genau, genau. Genau? Natürlich, äh... Ist ja legitim. Oh mein Gott, die Zone wird mich auf jeden Fall berühren und ich hasse es, dass ihr es tun wird. Nein! Oh mein Gott, hier sind ja Leute. Bitte her. Hey, Digga. Aua, ich kann mich nicht einbauen. Belastend. Einer ist schon ultra low. Oh, Jungs, ich kann mich nicht einbauen. Du, Alter, was ist das? Oh, das ist eklappt. Ich benutze die Bauten von denen hier, Alter. Hier ist noch jemand bei uns, ne? Ja. Der ist ultra low, der Typ. Oh mein Gott. Ich muss mich heilen. Hab einen, knocked. Hab einen. Ey, Jungs, ich muss mich echt heilen. LoL, was zur Hölle passiert hier, Mann? Ah! Burg. Wer hat die Sporte fortgebaut? Ich nicht. Oh mein Gott, ich bin tot. Ah! Warte. Bau über mich, bau über mich. Ich kann nicht. Oh mein Gott. Ich hab ne Wendeltreffer gebaut. Baby, hilf uns. Ja, wie will man da, wie will man da denn hoch, Alter? Wenn der finischt, ist er ehrenlos. Deine Eltern sind Geschwister, deine Eltern mögen dich nicht. Du bist adoptiert. So. Ja, moin, Jungs. Soll ich die Challenge jetzt alleine bestreiten? Oh ja, mach. Das ist ne super tolle Idee, Alter. Das ist echt, das, also das ist jetzt, bis jetzt, das ist die geile Challenge manches Lebens, Leute. Baby, das kannst du aber schaffen. Ja, nie im Leben, Alter. Nie im Leben werde ich diese Challenge das gewinnen, Digga. Guck dir die Kacke doch mal an. Dieser Haufen Scheiße, Alter. Oh, links, ne, Klaus. Klaus, links. Links? Ja, ich hab das teppen hören. Wo. Da hättest du mal ne Wendeltreppe gebaut. Die hätten mir auf jeden Fall jetzt das Leben gerettet, die Wendeltreppe. Ja, nice, versuchen wir das noch mal. Ja. Hat mehr kleine Scheldtränke? Ja, warte, komm her. Der wäre ein kleines Schwanegg für mich. Was? Was? Direkt kein Bock, Alter. Diese Challenge ist so hoch. Das ist so schwierig einfach, oder? Ja. Oh. Ähm. Jungs. Hier steht ne Festung in unserem Hangar. Ähm. Wie ist das passiert? Hm, weil ich nicht. Komm, ich geh jetzt hier hoch. Ähm. Nee, du kannst ja nicht hoch. Oh, doch. Darf ich versuchen? Warte. Oh. Hä? Ich backe immer durch diese Treppen durch. Oh nein, Junge. Ja, easy. Kommt mal her. Okay. Jetzt müsst ihr kurz ein Kunstwerk errichten. Okay. Der Gewinner davon bekommt ne grüne Tag. Okay. Oh ja. Oh ja. Okay. Okay, mach mal. Okay, Moment. Fertig. Okay, Rebi liegt gerade vorne. Was? Rebi hat doch gerade einen Flügel. Wie? Was? Was? Guck mal bei mir. Was? Okay. Tobi sieht auch sehr nice aus. Gib mir das einfach, Cengiz. Okay, hier. Ah! Ah, nice. Irgendwie das aussieht, Alter. Wir haben das gleiche, glaube ich, gebaut. Oh, das spricht alles zusammen. Digga, was ist denn das, Alter? Okay, lass mal weiter pushen, Jungs. Wir holen uns einfach nur hin. Alle unser Holz verschwenden. So richtig dumm. Ey, ganz ehrlich, wenn ihr wollt, machen wir mal eine... Oh, da schießt jemand. Was? Wo? Von wo? Äh, in den Norden. Baut euch zu. Baut Wendeltreppen. Ich hab einen Locked. Alter, einer ist wieder so low. Ja, müssen wir pushen, oder? Ja, Mann. Der Rechtser, der schießt mal auf den Rechtser. Yo, der hat einen Port, Port, Port gebaut. Ja, wie wollen wir denn jetzt zu dem Rüber? Hab ihn, Knock. Nice. Der Reporter ford ist down. Ja. Okay, noch einen Knock. Hier muss ja noch jemand sein. Da. Hab ihn. Nice. Sehr gut, nice. Oh mein Gott, kann man... Oh! Leute, das geht. Voll gut, ne? Ey, wie soll ich denn hier hoch? Ich denke, es geht doch. Ah, gut. Hey, ist das scheiße, Alter. Warte. Ist das nervig, Alter. Wow, wie man einfach so polizei verschwendet beim Hochgehen. Liegt hier oben. Nice. Meiner Loot. Meiner Loot. Das ist meine Scar. Meine. Nein, das ist mein Scar. Meine Heavy. Meine Heavy. Und mein Jumphead. Aber dann nehm ich die Scar. Ja, jetzt echt ne goldene Scar. Du bist so ne Peachcar. Ey, Jungs, wollen wir hier vorn auf den Berg hochgehen? Digga, du kommst den Berg erst mal nicht hoch. Ich zeig dir jetzt, wie ich da hochkomme, Alter. Pass mal auf. Ich zeig dir, wie ich da hochkomme. Guck mal, das geht richtig gut, Digga. Siehst du? Der hat uns nicht gesehen, ne? Der hat uns nicht gesehen, ne? Der hat uns nicht gesehen. Der hat uns nicht gesehen. Der hat uns nicht gesehen. Ja, ich weiß. Das wollte ich euch zeigen. Ja, du hast nicht geschockt. Egal. Ups. Baut Wendeltreppen. Schnell, weiter Wendeltreppen bauen. Oh mein Gott, ist das stressig, Alter. Okay, wir sind oben auf dem Berg, Jungs. 17 Leute noch am Leben. Da unten ist er, ne? Oh mein... Er hat zwei Hits von mir. Hat er noch einen Hit? Zwei auf dem offenen Feld, zwei Spieler. Einer von denen richtig low. Oh, ich hab... Oh mein Gott. Boah. Die drücken übel. Boah. Einer ist genockt worden. Rechts beim Baum. Haben wir gefinished. Bei 117. Drei Leute. Ja, die bauen da. Ja, einer gibt hier übelst fette Shots. Sniper Shots. Ey, Wendeltreppen ist gar nicht so schlecht, Alter. Ist eigentlich echt nicht so kacke, ne? Der Astronaut da... Ach, du schießt ab den, ja. Wieso verreckt der nicht, Alter? Der kriegt so viele Hits von mir. Was zum Teufel, Digga? Ich hab keine Muni mehr. Wie viel Schild hat der denn, Digga? Da ist noch ein Astronaut rechts, Ebi. Da läuft noch einer. Einer war auf dem Feld, John Wick. Kann ich haben? Ich hab eine 20. Hier, warte. Ey, Digga, ich hab die alle so low geschossen. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Pushen die uns? Äh, nee. Auf dem Base, aufpassen. Baut überall Wendeltreppen. Ich hab noch Jumphead, Jungs. Wollen wir runter zu den Rechts? Ich hab einen gelockt, einer in dem Haus ist gelockt. Ja, ich seh's. Finishing, finishing. Ich finish ihn, ich finish ihn. Sehr schön. Okay, läuft noch einer, ne? Bei mir läuft noch ein John Wick hier in der Nähe rum. Ja, guck mal, dass diese Typen nicht von links pushen. Der John Wick ist beim Haus unten, Ebi. Hinter uns, die schießen runter. Nein, nein! Oh mein Gott. Ich bin runtergefallen. Ach, du kacke. Der John Wick ist bei mir hier unten, ne? Hab ihn gehittet? Richtig gut. Ich bin lockt. Nein, Alter. Ich hab ihn down, ich hab ihn down. Ich komm runter, ich komm runter. Jungs, wir haben von hinten gepusht, ne? Äh, ich lass runter. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh nein. Über uns. Da ist der Astro. Er finisht mich. Er finisht mich. Warte, wo ist er? Er war bei mir. Coming down. Ey, so ein Geier. Oh mein Gott, als ob wir das jetzt noch so gut spielen, Digga. Ja, guck mal die Festung oben an, Alter. No, Warte. Oh, oh, die schießen auf euch. Hä? Ich kann nicht wohnen. Jungs, komm her, komm her, komm her. Alles gut. Wir halten uns hier schön privat hinterm Berg auf, Alter. Sollen wir wieder nach... Auf den Berg drauf. Ja, wie kommen wir da hoch, Bruder? Muss los, Alter. Sorry für den Facecam-Ausfall, Leute. Guck dir das mal da oben an, diesen hässlichen Cluster. Yo, was ist das? Hier ist jemand. Spielt mal Depp in den Wind. Ja, hier ist jemand. Oh nein. Hab einen knocked. Rechts von dir, Jungs, rechts von dir, rechts von dir. Die anderen. Oh mein Gott. Oh mein Facker Gott. Oh mein Gott. Hab alle down, hab alle down, hab alle down. Oh mein Gott. Ey, ich schwör dir, ich hab kein Leben. Hast du irgendwas, Revy? Komm her, komm her zu mir. Hier sind Bandagen, alles. Nein, nicht da. Er kann nicht kommen, er kann nicht kommen. Er hat 16 HP. 19 HP. Warte, Bro, ich werf dir eine Festung rüber, okay? Da, Festung. Oh mein Gott. War so... Das Festung war so dumm. War sie nicht? Hä, WTF? Hey, ich komm mir nicht durch. Check, ich sie das ganze trapped. Check, ich sie das ganze trapped. Oh Gott. Check es. Digga, ist das ein Vierer-Team. Hast du was zum Heal? Nein, nichts. Warte, komm her. Verbände, Verbände. Verbände, Verbände. Er droppt es links neben euch. Close. Oh, vor sich. Jump head. Oh mein Gott. Natürlich hat er auch einen Raketenwerfer. Nice. Einer genockt. Einer genockt. Kippe dich um die anderen, Jengis. Einer noch. Jengis, bei mir letzter, bei mir letzter, bei mir letzter. F*** ihn, Jengis. F*** ihn. F*** ihn. F*** ihn. Jengis. Ziemlich hoch, ziemlich hoch, ziemlich hoch. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer irgendwo. Ziemlich hoch, ziemlich hoch, ziemlich hoch. Oh Gott. Hä? Hier ist einer, ist hier noch. Ach du Scheiße, Mann. Oh Gott, Jengis. Alter Schwede, Digga. Alter Schwede, Jengis. Wenn wir das jetzt gewinnen. Goldene Sky hier vorne, Jengis. Medi-Hit-Nice. Oh Gott, Alter. Nimm du das, nimm du das. Versteckt euch irgendwo. Wie denn? Jengis, wir müssen mit Granaten, wir müssen mit Raketenmunition, mit Raketenwerfer einfach töten, Alter. Hast du Raketenwerfer? Äh, warte, ich nehm mir wieder einen. Pass mal auf, ne, der ist übelst neben euch. Irgendwer ist hier noch. Ist ein kleiner Umkreis nur noch, die lauft hier voll offen rum. Komm, lass uns Wendeltreppen bauen, einfach random. Der ist wahrscheinlich unten, hängt der Berg unten irgendwo da. Da wo die Borde ist, am Berg unten. Da ist er safe. Vielleicht beim AirDrop sogar unten. Denkst du mal rechts ist ein AirDrop noch gelandete? Ah. Da ist euch den. Ja, ja, den. Nice, nice, nice. Wo ist der Typ? Er ist tot. Nice, Alter. Ja, Mann. Digga. Wuuuuh. Alter, Digga, mit fucking Wendeltreppen, Bro. WTF, war das? Alter Schwede. Geil, Mann. Holy, Alter. Okay, Leute, schaut auf jeden Fall bei Tobi und bei Cengiz. Wobei, Leute, zu dritt mit Wendeltreppen. Macht uns das nach, Mann. Schreibt uns weitere Challenges in die Kommentare. Auf geht's, Leute. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.